So, jetzt setzen Sie bitte einmal diese Brille auf. Jetzt mache ich hier einmal den Deckel drauf. Sie sehen jetzt so einen roten Punkt. Da gucken Sie bitte einmal rauf. Ich werde jetzt einmal Ihre Pupille einmessen. Wie Sie sehen können, haben wir jetzt hier einen Pupillendurchmesser von 4,37 mm gemessen und das Ganze beweissicher. Die grüne Linie hat die Waagerechte hier überschritten. Also insofern ist Ihre Pupillenreaktion in Ordnung. Thanks.